ojemi ok 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 wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn warum rennt der was schuss wechsel schuss wechsel hinterm taxi raus da so wir haben hier eine gemeldete person mit einem messer bewaffnet ist das die person hier das ist sie oh ja nein das war knapp habe ich das schild getroffen ich weiß nicht so hier haben wir den hier auch gott warum bleiben sie denn stehen was soll denn das so dort ist nein 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 mein auto dann nehmen wir mal die auffahrt auf den freeway das ist natürlich hier gerade wieder ideal so auf der linken spur haben wir den herrn auch schon gott gott ich tue hier lieber erst ein bisschen gas runternehmen nein 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 das war wieder haarscharf knapp wieso steht hier eine rampe ojemi ok 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 wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn stop nein 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 aussteigen aussteigen und auf den boden legen hey nein 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 du bleibst schön hier so jetzt keine fax mehr auf den boden legen ganz langsam sonst gibt es direkt noch ein elektroschock hinterher so sie sind hiermit festgenommen die kollegen können hier noch gleich mal mitnehmen hier wenn ich schon mal vor ort sind sie brauchen gar nicht erst wegfahren wo wollen denn der typ steht hier mitten auf der straße die kollegen mal wieder komplett lost denn mal hier auf dem bürgersteig und dann so dann tue ich erst mal hier mein auto auch erst mal in parken so und den müssen wir abschleppen lassen den koma und einmal der auskommt fertig über den wagen auch gerne dom powers 2006 registriert ist ja ok damit wären wir jetzt hier soweit mit dem einsatz fertig und damit jetzt bekommt er eine neue folge von gta 5 lsp dfa wir haben direkt den nächsten einsatz ein kollege braucht unsere unterstützung bei einer kontrolle wieso warum weiß nicht wahrscheinlich ist die person gesucht oder gefährlich so ja gut so stellen wir uns ja mal vor das anscheinend die person so schön guten amt gut dass sie da sind officer okay okay also den herrn sollten wir aus dem verkehr ziehen so wie das aussieht hier ich nehme schon mal abstand falls er gleich losrasen will ich gehe am besten schon mal zum auto und weiß ja nie ey abgesehen davon dass sie gerade mein auto angefahren haben sind wir hier soweit durch mal sehen ob die leitstelle uns hier noch ein kurs ok ok wir haben hier anscheinend den drohendealer im verkehr den sollten wir schnellstmöglichst und wir tun uns mal langsam anschleichen ok das war gelb ok wahrscheinlich der der dort um die ecke fährt moment mal wir folgen die mal unauffällig ok im menü ist das so so einmal aussteigen oh shit nein 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 stehen bleiben stehen bleiben stehen bleiben stehen bleiben ok ach komm schon ok 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 schusswechsel ich wiederhole schusswechsel so sie sind ja hiermit festgenommen schön nach oben schön nach oben ja jetzt hast du wieder berührungsängste ne auf dem boden das stimmt nicht mit dem typen so und da haben wir auch schon das päckchen warum rennt der was schusswechsel schusswechsel hinterm taxi hinterm taxi hab den ok wir brauchen hier mal das kriminal labor so und dann machen wir hier ein paar abschlepp wegen ach du jemini was ist hier denn los so die dürfen wir alle auch mal abschleppen der herr kann sich hier mal beruhigen so die können wir hier alle abschleppen lassen das natürlich hier wieder wunderbar das ist ja ein wunderschöner spaß hier meine güte ich frag mich das ist auch voll dumm dass die leute ihre autos verlassen mit dem auto sind die doch viel schneller unterwegs als wenn die jetzt das auto verlassen zudem werden die ja noch leichter getroffen weil die keinen schutz mehr haben so den müssen wir auf jeden fall auch abschleppen lassen so wir tun mal hier ja funktioniert grad wieder super mal ok ja wir steigen mal in unseren wagen ein und dann können wir hier mal ähm die kontrolle müssen dort können wir noch abschlepp wegen müssten ja ok der hier nimmt noch einen mit wir haben ein gestohlenes polizeifahrzeug gemeldet bekommen das sollte hier oben links sein ich hab jetzt mein martinshorn und die blaulichter nicht angemacht damit die keinen verdacht schöpfen ja 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 ne 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 raus da raus da auf auf den bohren legen wenn die kollegen eintreffen würden könnten die sich mal um den anderen herren kümmern so den tue ich erstmal in meinem fahrzeug hier verstauen so der kollege rennt dem anderen schon mal hinterher das schon mal gut so das können wir hier mal abschleppen lassen ich glaub wir müssen dem kollegen mal helfen so wie la ey hat der ein auto oder was rechts ne die sind zu fuß unterwegs hä wo sind die denn wo sind die denn auf dem parkplatz hier ich hab den überhaupt glick verloren jetzt sind sie weg hoch ok naja schön von mir aus dann werde ich erstmal den herrens vor ja vorbeiten moment mal wie ich stelle mich mal hier an den rand so einmal hallo ich muss jetzt durch so wir haben hier eine gemeldete person mit mit einem messer bewaffnet ist das die person hier das ist sie hier geblieben schön hier geblieben schöner geben und langsam auf den boden bitte da sind auch schon die kollegen da die müssen natürlich wieder ihr erst mal ihren rechten spiegel abfahren so war festgestellt okay den herren können auch gleich weit die kollegen mit brauchen wir das gar nicht hier weg fahren nehmen sie dennoch gleich mit was ist denn das hier also mal ganz im ernst wenn euch die folge gefallen hat von lsp dfa dann lasst eine positive bewertung da ansonsten würde ich sagen gehen wir uns bei einer neuen folge haut rein und ciao leute bis gut 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 bis